Bist du sicher? Ich meine, bist du wirklich sicher? Ja, natürlich. Sambars. Klingt spaßig. Sambars? Genau, Sambars. Ähm, mal sehen, du brauchst einen Bogen. Es sollte einer in der Jagdhütte dort sein. Ich markiere dir die Stelle auf der Karte. Ich komm wieder. Hoffentlich mit einem Haufen Sambarfleisch. Wenn du fertig bist, bring es zum Gefrierschrank in der Jagdhütte. Kümmere dich nicht um das andere Fleisch dort. Scheiße! 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 Abbie! Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.